Der KI Campus ist die Lernplattform für künstliche Intelligenz mit kostenlosen Online-Kursen, Videos, Podcasts und vielen weiteren digitalen Formaten im spannenden Themenfeld der künstlichen Intelligenz. Wir arbeiten insbesondere mit Hochschulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen zusammen, die ihre KI-Expertise in den KI Campus mit einbringen, aber auch mit vielen weiteren Bildungsakteuren, die sich mit innovativer digitaler Bildung auseinandersetzen. Der KI Campus bietet der Charité die Möglichkeit, neue und innovative Lernformate zu entwickeln und in der Lehre einzusetzen, aber auch darüber hinaus KI-Anwendungen in der Medizin an der Charité einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Der KI Campus bietet der Humboldt-Universität einen Experimentierraum, eine Möglichkeit zu schauen, wie in den regulären universitären Betrieb die Kursangebote des KI Campus integriert werden können. Auch Hochschulen als Organisation sollten sich durchaus überlegen, den KI Campus insgesamt zu nutzen, um das für viele wichtige Thema KI in den jeweiligen Hochschulen noch weiter zu pushen und durch neue Lehr- und Lernformate nach vorne zu bringen. Der KI Campus ist kostenlos und der KI Campus macht richtig Spaß. Ich kann auf dem Weg zur Arbeit einen Podcast hören, in der Mittagspause ein Video anschauen oder abends einen ausführlichen Online-Kurs absolvieren. Als Lehrkraft oder Lehrende kann ich Materialien des KI Campus in meine Bildungsarbeit kostenlos und offen lizenziert integrieren. Der KI Campus ist die wichtigste Bildungsplattform für den deutschsprachigen Raum um das Thema Künstliche Intelligenz herum. Das sind alles frei nutzbare Bildungsmaterialien von den informatischen Grundlagen bis hin zu Anwendungsaspekten von KI. Die Lernangebote des KI Campus sind hochwertig produziert, innovativ und machen den Studierenden viel Spaß. Ich finde die Zusammenarbeit mit dem KI Campus großartig. Das Team ist wahnsinnig nett, sehr unterstützend und ich bin sehr, sehr dankbar für die Zusammenarbeit. Der KI Campus ist eine Gemeinschaftsinitiative, denn nur gemeinsam können wir die digitale Transformation gestalten. Der KI Campus ist deswegen immer auf der Suche nach neuen Partnern und auch Förderern, die unterschiedliche Schwerpunkte in die Zusammenarbeit mit einbringen.